Servus und willkommen bei Level 41. Was fängt denn schon gut an? Ah, sieht doch mal... Das sieht doch mal geil aus, oder? Ja, aber das ist auch heftig hier mit dem sich bewegenden... Ah, Mist. Ja, Obsali wird auf jeden Fall schwierig werden. Ganz bestimmt. Boah, war knapp jetzt. Ah, haben wir nicht aufgepasst. Ah, da muss ich jetzt echt noch aufpassen, wie das funktioniert. Ah, Sekunde hätte ich warten sollen, Mist. Ah, das hätte man es gehabt. Ah, das hätte man es gehabt. Ah, da bin ich jetzt falsch gesprungen. Ah, da muss ich jetzt gerade auf so vieles aufpassen. Auf einmal ist es der Wahnsinn. Ach, jetzt sind wir da zu langsam. Das ist... Ah, komm. Ne, jetzt, oder? Weißt du, wegen sowas Läppischen. Guck mal. Ah, diese Kack-Hitboxen in dem Spiel, das geht mir manchmal echt so auf den Sack. Oh, die Kack-Hitboxen in dem Spiel. Wie hüpft er jetzt nicht? Das war's für heute. So, das ist gerade noch geklappt. Ach, das ist doch. Jetzt hat er nicht gehüpft. Jetzt hat er eine Lüge hüpft. Mein Gott. Scheiße, Sekunde zu früh. Das war's für heute. Okay. So, das war Level 41. Ihr ein Glück, endlich.